Hieronymus Müller war ein deutscher Philologe und Übersetzer. Müller war der Sohn eines Predigers und wuchs in Auerstedt und nach Versetzung des Vaters in Schmierer auf. Er besuchte zunächst das Gotha-Gymnasium und später als Prämaner das Wilhelm-Ernst-Gymnasium in Weimar, wo er Schüler von Karl August Böttiger wurde, der ihn von der Philologie als Studienfach überzeugte. 1802 begann er seine Studien an der Georg-August-Universität Göttingen bei Christian Gottlob-Heine und wechselte 1805 an die Universität Halle. Wo er Schüler von Friedrich August Wolf wurde, mit Auflösung der Universität in Halle bezog er die Universität Erfurt. In Erfurt war sein Vater als Pastor an der Hospitalkirche und als Direktor des Evangelischen Ratsgymnasiums tätig. Hieronymus Müller promovierte 1807 in Erfurt zum Dr. Phil und trat seine erste Stelle als Professor am Ratsgymnasium an. 1811 wurde er Konrektor des Domgymnasiums Naumburg und blieb hier bis Michaelis 1850. Er warf sich in seine gelehrten Tätigkeit und übersetzte in Naumburg zahlreich Werke aus, alten und neuen Sprachen ins Deutsche. Über seinen Ruhestand hinaus blieb er der wissenschaftlichen Arbeit insbesondere als Übersetzer Platons verbunden. Die Einleitungen zu den Dialogen dieser bei F.A. Brockhaus in Leipzig erschienenen Übersetzung schrieb sein Kollege Karl Heinrich August Steinhardt aus Schulpforta. Der letzte, achte Band dieser Übersetzung erschien postmortem 1866 herausgegeben von seinem Sohn Friedrich Hieronymus Müller. Der Professor am Stiftsgymnasium sei zwar